Hallo hier bei Justins Wetter zu diesem Update. In dem Video schauen wir jetzt mal ein bisschen genauer auf die Unwetterlage am heutigen Tag. Da kann es doch nämlich örtlich sehr sehr heftig heute zur Sache gehen. Und dieses Bild habe ich gestern im Bergischen aufgenommen. Heute bin ich auch wieder im Bergischen Land und ich werde mich wahrscheinlich später dann noch mal zu einem Update hier aus dem Bergischen Land, wenn es hier kräftige Gewitter gibt, wohl melden. Wir schießen dann auch direkt los, fangen wir an mit der Wetterlage und wie so immer schauen wir dann auf diese Tiefdruckzone, die dann hier liegen soll und die habe ich jetzt hier mal wieder gekennzeichnet. Und da muss man dann doch mit diesen heftigsten Gewittern wohl rechnen. Starkregen, Hagel, Sturmböen könnten dann auch drin sein und die Tornadogefahr wird doch eher wahrscheinlich gering bleiben. Schauen wir weiter auf die Cape-Werte und die liegen dann doch in diesem Bereich oder sind in diesem Bereich wohl am höchsten. Da haben wir bis zu 1500 Kilojoule, habe ich jetzt hier auch noch mal hingeschrieben. Und diese Cape-Werte, ja vor allem hier im Westen, sind dann doch am höchsten. Hier Richtung NRW und hier kann es dann doch auch die heftigsten Gewitter wohl geben. Schauen wir jetzt auf das Wetter von heute Abend, 18 Uhr und da haben wir zwei Hotspots. Einmal hier schon und hier werden sich dann auch noch kräftige Gewitter bilden. Und im linken Bereich in NRW sind erst nur kleinräumige Zellen, die werden dann später verklastern. Da schauen wir gleich nochmal drauf und die Zugrichtung wird wahrscheinlich in westliche bis nordwestliche Richtung sein. Schauen wir dann jetzt auf die Verklasterung und die wird dann gegen 20 Uhr geschehen und dann haben wir hier einen großen Schauer- und Gewittercluster mit wohl heftigen Starkregen, den es hier geben kann. Da muss doch dann wirklich aufgepasst werden, denn da kann dann doch einiges an Regen vom Himmelsschatten kommen. Und zusätzlich kann es noch die ein oder andere Hagelansammlung durchaus mal geben. Schauen wir dann jetzt weiter. Schauen wir in diesem Fall jetzt auf 21 Uhr und dann haben wir immer noch hier so ein kräftiges Niederschlagsgebiet, das wir hier immer noch haben werden, Richtung Westen. Da wird der Cluster dann auch noch aktiv sein und dann haben wir ein Gebiet, wo es auch noch Gewitter geben kann. Und das ist hier der nördliche Teil dieses Clusters mit doch teilweise kräftigen Schauern und einzelnen Gewittern, die hier doch dann eingelagert sein können. Da kann es dann doch hier und da mal örtlich relativ heftig zur Sache gehen. Blicken wir weiter und diesmal auf 23 Uhr. Und dann haben wir immer noch diesen Cluster mit einigen kräftigen Gewittern hier im Nordteil, also Nord-NRW wäre dann betroffen. Und dann auch in den Niederlanden, vielleicht auch noch bis nach Belgien rein, kräftige Niederschläge. Und zusätzlich haben wir hier noch einen Bereich, wo es auch noch mal kräftige Niederschläge wohl geben kann. Schauen wir zum Schluss noch auf die Niederschlagsmengen. Und die werden hier nach dem Eigenmodell, müsste das sein, doch relativ hoch berechnet. Hier werden teilweise 99 Liter im Westen gesetzt. Das Ganze habe ich hier jetzt mal eingekennzeichnet und dazu muss man einfach ein Ausrufezeichen malen. Denn es kann doch relativ heftig werden, vor allem mit diesen ganz hohen Niederschlagsmengen, die es dann noch geben kann, muss man dann doch mit der einen oder anderen Behinderung rechnen. Dazu auch der mögliche Hagelschlag kann dann doch gefährlich werden. Aber der Bereich könnte sich dann auch noch hier weiter nach Westen wohl ausbreiten mit den hohen Niederschlagsmengen. Aktuell wird es nur im äußersten Westen berechnet, aber das kann sich auch noch hier nach Westen verschieben. Dann schauen wir jetzt auf das EZMWF-Modell und dieses Modell berechnet auch hier im Westen diesen Cluster mit den höchsten Niederschlagsmengen. Und da kann wie gesagt einiges doch an Niederschlag vom Himmel kommen. Aber auch hier kann sich der Klasse dann auch noch weiter nach Osten verlagern. Also im Bergischen kann es doch auch durchaus auch mal bis zu 70, 80 Liter pro Quadratmeter durchaus geben. Zum Schluss noch das EUROM-Modell mit den höchsten Niederschlagsmengen. Und da haben wir hier eine Zone mit diesen höchsten Niederschlagsmengen. Das Ganze jetzt hier auch nach dem EUROM-Modell weiter im Bergischen auch noch mit bis zu 40, 50, 60 Liter pro Quadratmeter in ganz kurzer Zeit, die hier aktuell wohl berechnet werden. Also da in Sachen Niederschlägen muss man auch hier wieder ein Ausrufezeichen hinsetzen. Eigentlich bei jedem hier ebenfalls auch ein Ausrufezeichen. Eigentlich bei jedem Niederschlagsmengen muss man hier dann doch ein Ausrufezeichen wohl hinter setzen. Schauen wir dann jetzt auf eigentlich nichts mehr. Wir sind eigentlich durch. Mittlerweile haben wir 1484 Abonnenten. Ich würde mich freuen, wenn ihr liken und abonnieren würdet. Und wie gesagt, dieses Foto habe ich hier im Bergischen aufgenommen. Ich werde es wahrscheinlich noch schaffen, dass ich mich später noch hier in dem Gewitter, wenn es hier im Bergischen Gewitter gibt, dass ich mich jetzt auch mal bei euch melde heute Nachmittag. Wir sehen uns dann vielleicht später. Macht's gut. Bis dann und ciao. 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 Ciao.